Was im Verkaufszeitraum vom 19. bis 24. Januar 2015 in den Charts abging, das schauen wir uns jetzt an. Nichts wie her mit den Hardware-Charts. 3DS und PlayStation 3 sind die einzigen, die ein Plus verbuchen konnten. Alle anderen Konsolen haben ein Minus zu verzeichnen. Auch die PlayStation 4 jetzt unter der Zehntausender-Grenze. Und die PlayStation Vita immerhin noch drei Einheiten vor der Xbox 360. Die letzten drei sind einfach jetzt nicht mehr so, entweder nicht mehr aktuell oder einfach nur verkaufen sich nicht so gut. Die Rollen bleiben klar verteilt, also nichts mehr hin zu den Software-Charts. Welch Games wurden am meisten gekauft. Es gibt in der Tat ein Spiel, das ich neu platzieren konnte in den Charts, allerdings nicht in den Top 10. Das ist Saints Row 4 Re-Elected. Die Version von Xbox One ist auf Platz 55 eingestiegen. Und die PlayStation 4 Variante belegt den 13. Platz. Noch knapp unter Captain Toad Treasure Tracker. Der ist nämlich bis auf Platz 12 abgerutscht. Was euch vielleicht neu vorkommt, ist der Landwirtschaftssimulator. Ist allerdings schon in der 13. Woche. Jetzt aber zum ersten Mal in meinen Charts in der Top 10 anzutreffen. Ansonsten blieb viel beim Alten. Ich sag's gern nochmal, im Januar ist noch alles sehr gediegen. Also viele fragen sich, wozu die Videos brauchst du nicht jede Woche machen. Doch später geht der Punk ab. Januar ist eben alles noch. Die Gewässer sind ruhig, aber stille Wasser sind tief. Wir gehen rüber in den Nintendo Charts. Ihr erinnert euch, in der letzten Woche ist Mario Kart Wii auf den 10. Platz aufgestiegen. Und konnte sich Mario Kart Wii da behaupten? Nun, schaut euch das mal an. Ja, Mario Kart Wii Konters ist sogar noch drei Plätze weiter hochgerückt auf Platz 7. Und auch New Super Mario Bros. Wii. Ja, ich sag's doch. Ich hab's doch gesagt in meinem Let's Play. Es wird immer noch gekauft. In der Tat, das neunbestverkaufteste Spiel für eine Nintendo-Konsole. in der Woche vom 19. bis 24. Januar 2015. Ja, also da merkt man, dass es halt momentan nicht so viel abgeht. Und Deutschland ist halt ein kleines Casual-Land. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Wenig Bewegung auf den oberen Plätzen. Die Rollen sind klar verteilt. Das bestverkaufteste, das interessanteste in den internen Spiel zurzeit. Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Edition. Gefolgt von beiden Smash Brothers Edition. Ja, das war's für heute. Kurz aber bündig. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Schaltet ein. Bis dann und ciao.